Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde. Oh, das mag ich nicht. Ne, zurück. Okay, ich gehöre jetzt nicht gerade zu der ganz selben Sorte. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ach ne, die Batterien sind... Hä? Kinder, woher ist mein Controller aus? Die Batterien waren noch voll, dachte ich. Wow, das sehen wir jetzt gleich. Ja, also herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ob Glück oder Können, win ist win. Abonniert mich, liked mich, aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß bei einer Runde. Ich hoffe, ich habe BLM Royale gesagt. Ja, ne, mein Controller war geradeaus, ich weiß nicht warum. Aber ist okay, vielleicht geht er gleich mit dem Spiel aus. Ich habe aber einen Batteriengriff bereit, so ist nicht. Und jetzt herzlich willkommen und los geht's. Wenn man zu blöd ist und die falschen Knöpfe drückt, Kinder, ehrlich. Ich bin schon ein alter Mann. Nein, verdammt. Ja, geht gleich los, geht gleich los. Ja, ein Mensch gefunden. Hurra. Was ist das VCS? Wo ist das Jet? Ach, keine Ahnung. Wo soll das analytischию? Und jetzt geht's. Ah, Willkommen bei RealM, oh ja, RealM Kontakt Was ist die Unterschiede zwischen einem Fleisch und einem Nugget? Ein Aero zwischen den Augen? Das war lustig Ah, jetzt, jetzt ist es nicht verpixelt, geil, ist nicht verpixelt Okay, wir springen ab in, keine Ahnung, ich bin gut drauf Seid ihr auch gut drauf? Schreibt es in die Kommentare Hm, ja, ich würde sagen, ich würde sagen, wir gehen wieder raus Ja, oh ja, ganz hinten im Bus natürlich, ganz am Ende Da hinten hin Da 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 Nein, 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 nein Ich glaube, da würde ich schon mal hin Let's gooo! Okay. Oh! Na toll daneben. Oh oh. Irgendjemand ist hier. Ich höre ein Pferd. Äh. Cool. Die Bork habe ich noch nie gesehen. Hä? Was war das denn für ein Teilnehmer? Was ist denn hier los? Die wehren sich ja gar nicht. Hä? Oh. Oh. Das behalten wir. Ja, zwei leicht verdiente Kills. Cool. Ja, das nehmen wir doch immer mit, ne? Das ist auch wieder für so ein kostenloses Spiel. Auch wieder ein richtig cooles. Und ja, wir wissen ja welches Game es sein soll. Und ja. Das wissen ja alle. Ich will wirklich überlegen. Ein Pferd, ein Pferd. Ja. 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 Das ist eigentlich nur das... Die Person, die besseren Waffen hatte. Oh. Ich muss Richtung Zone. Verdammt. Ähm. Habe ich die Zeit noch? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Egal. Drei Kills. Wo sieht man das eigentlich? Ach da. Okay. Okay. Ah, toll. Die ist gleich hier vorne. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Obwohl das auch cool ist mit dem Pferd. Ohne Scheiß. Schnelle Fortbewegungsart. Hey. Da ist ne Schmiede. Da wollen wir hin. Mist. Ähm. Ja. Ich komme. Ernsthaft? Ich bin ja. Ja. Wir machen euch nicht. Wir lösen. Er. Zeig. Wie. 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 Schmiede, ich komme. Nene, du kleiner Zwerg interessierst mich nicht. Der macht halt hihihi, aber der hilft mir nicht. Ja, wenn man ihn abknallt, kriegt man einen Splitter. Ich soll jetzt aber nicht Mide. Es ist Mido suchen wir. Was ist das? Oh! Also ich möchte gerne einmal das. Und einmal das. Runen, 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 runen. Ich drehe mich ebenfalls. Entschuldige für die gute Unterhaltung. Ja, 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 was können wir noch tun? Was ist das? Oh, die Zone. Guten Tag. Scheiße. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Und sagt ihr denn nichts? Kinderlein, Kinderlein. Wir müssen doch gleich weiter hier. Uh, die Mido schwindelt! Komm, komm, komm! Komm schon, komm schon, komm schon! Zwei, eins! Was macht das eigentlich? nehmen wir mal mit ich stotter ah man, das ist in der Nähe eigentlich könnten wir versuchen ah, mehr geht nicht? oder habe ich nicht? oh, hier 65, ok mehr geht nicht jo, dann gehen wir jetzt erstmal weiter bleiben vor der Zone und versuchen zu überleben ich habe hier Kills ich schwöre, ich habe das Pferd gerade gar nicht wahrgenommen ich habe wir gehen mal ein bisschen in die Zone ich höre das Pferd ich höre das Pferd irgendwo da gehen wir erstmal in die Zone und dann können wir immer noch suchen gehen oh, yeah hey, sweetie we got some work to do armoring up ich habe mal bedenkt, was für eine schlechte Waffe ich immer noch habe also als Starter ach so, da wollte ich hin ja, ja auch doch nicht weg hä, wo ist denn hier hin? oh, Zutritt ja, wo bist du denn hin? warum läufst du denn weg? ich hoffe, ich habe Chung das neum ich hoffe, ich habe das ist ich habe ich habe es ist ich habe Ah, 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 ah! Alter ist das Ding bösartig. Ich weiß gerade nicht, was ich tue. Ich höre doch noch jemanden. Ich höre doch noch jemanden. Wo seid ihr, Kinder? Mist, alter! Die Person hat mir aber gerade mit denen geschützt. Richtig Schaden gemacht. Oh, der Schmiede. Habe ich die Zeit? Nein, nicht wirklich. Braucht ein paar Chilis. Hä? Nein! Wie die Zone? Ich habe doch noch Zeit! Nein! Hä? Stand da nicht? Achso, ich Idiot. Äh, du hast ein Pferd, weißt du das? Ja. Danke. Naja, egal. Oh, komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon! Naja, war eine gute Runde bis jetzt. Das war eine schöne Runde. Ich sage Ihnen immer, danke fürs Zusehen. Einen schönen Tag noch. Und auf Wiedersehen. Peace! Ich bin raus. Ja, ihr bist da KOP něiräh? Ich bin kurz. Und wie ich hair.